Die Fachmesse Aquatherm Bereits zum 18. Mal fand dieses Jahr die Fachmesse Aquatherm auf dem Messegelände Lidjani in Prag statt. Fast alle wichtigen Anbieter waren auf der Messe vertreten und es kamen mehrere 10.000 Besucher. Auf der Messe präsentierte sich erfolgreich die Firma Mastertherm Wärmepumpen. Für ihr Exponat BA22IC Home Air erhielt die Firma Mastertherm eine Ehrenauszeichnung der Fachmesse Aquatherm 2011. Es handelt sich um eine Wärmepumpe in Kompaktausführung. Ihr riesiger Vorzug liegt darin, dass sie im Innern des Gebäudes angeordnet ist. Der Kunde hat also außen am Haus keine unansehnlichen Geräte. Im Haus Innern gibt es dann einen ganzen Apparateraum, in dem sich die Pumpe befindet. An die Wärmepumpe können eine Fußbodenheizung oder klassische Heizkörper, der Brauchwasserkreislauf oder auch ein Schwimmbecken angeschlossen werden. Der Home Air Inverter kann nicht nur heizen, sondern auch kühlen. Daher bieten wir für die Sommermonate auch diese Möglichkeit an. Zur Kühlung kann dabei die Fußbodenheizung genutzt werden oder es ist eine Klimatisierung mit Gebläsekonvektoren möglich. Die Wärmepumpe Home Air Inverter ist bis zu einer Außentemperatur von minus 20 Grad funktionsfähig und kann eine Vorlauftemperatur bis 60 Grad erzeugen. Die Wärmepumpe wird als Standard über ein Display bedient, das mit der Wärmepumpe geliefert wird. MasterTerm bietet auch die komfortable Möglichkeit, die Wärmepumpe ans Internet anzuschließen. Der Kunde kann die Pumpe so vom PC aus überwachen, einschalten, ausschalten, die Temperatureinstellungen und die Heizcharakteristik ändern. Als Neuheit bieten wir bei den Wärmepumpen die Möglichkeit der Bedienung per Tablet oder intelligentem Handy. Wir gratulieren der Firma MasterTerm Wärmepumpen zu ihrer Ehrenauszeichnung von der Messe AquaTerm 2011.